Und hier ist der Tronico RC Junior Traktor, Klaas Ariane 430, in Aktion von Tronico, vorne mit weißem LED-Licht und gleich könnt ihr das sehen, hinten mit rotem LED-Licht. Im Maßstab 1 zu 24, geeignet für Kinder ab 8 Jahren zum Zusammenbau, ist der Tronico RC Traktor die neue Antwort auf Spielen mit ferngestalten Traktoren. Der Aufbau gestaltet sich denkbar einfach, weil nur wenige Teile herzustellen sind, denn das Chassis ist bereits von uns komplett vormonchiert. Auch hier an diesem Traktor passen die Anhänger vom Bruder perfekt dran und man kann sie dann absichern mit einer kleinen Schraube. Wie gesagt, vorne und hinten haben wir LED-Lichter angebracht und die Batterien reichen ca. für 3 Stunden Spielen. Wir wollen. Mar rideen von Steigeschlein. jedem Vielen Dank.